Der hohe Punkt an dem Swissbau ist, dass wir mit den neuen Innovationen im richtigen Moment am richtigen Ort sind. Die neuen Produkte sind von grossem Interesse für Architekten, Ingenieure und Baumeister. So zum Beispiel präsentieren wir ein neues Dechenstilnabstallungssystem mit dem Namen Bordfix. Das sehen wir hier zu meiner Linken und das überzeugt seine Irrationalität und Genauigkeit. Im Bereich Abschallung mit ISO-Durchdringung dürfen wir mit einer brandneuen EMPA-Prüfung aufwarten. Die EMPA-Prüfung weist nach, dass die Netform die gleichliche Schubverzahnung auf ihn wie Waschbeton. Für das letzte Jahr fokussieren wir das Wachstum und wir möchten gerne bei den Grossprojekten von Anfang an Einfluss nehmen und das Bauern damit optimieren. ... Vielen Dank.